Spannend, 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 was wir aktuell an den Märkten erleben, denn wir haben es gesehen, gestern gab es ein bisschen Nachrichten und die haben bisher, zumindest mal beim DAX, die anderen Indizes gucken uns auch gleich natürlich noch mal an aus Amerika, aber den DAX nicht wirklich beflügeln können nach oben. Wir sind hier in der Unterstützung, das seht ihr noch mal hier, die wir angesprochen haben und der heutige Tag zeigt es, dass der Kurs weiter nach unten geht. Das heißt, die Marktteilnehmer, die Chance, das ist immer ganz wichtig, eine Unterstützungszone sozusagen ist immer eine Chance für einen Dreh, die nimmt der Markt aber nicht wahr und das ist ein Zeichen, dass die Marktteilnehmer überhaupt nichts Positives aktuell sehen. Normalerweise könnte man sagen, guck mal, da liegt eine Unterstützung, aber so schlimm ist es doch alles gar nicht und man hat doch schon gehört. Nee, es ist so schlimm. Naja, wollen wir das mal nicht überbewerten, aber so fassen es die Marktteilnehmer auf, also alles aktuell nicht als einen Kauf, sondern die Gesamtsituation aller Informationen, die spricht für die Marktteilnehmer für eher weiter abwärts gerichtete Kurse. Wir haben eine neue Unterstützungszone bei ungefähr 13.000, also insofern ist da noch ein bisschen Chance da, dass der Kurs dreht. Wie kann man sich der Sache nähern? Wir hatten ja hier schon darüber gesprochen, dass ich habe das extra mal gelassen. Seht mal die Aufwärtsbewegung, die wir hier haben, die sieht klar korrektiv aus. Dementsprechend war schon andeutungsweise, dass in diesem Knubbel, den wir da haben, das nicht wirklich motivierend ist für die Aufwärtsrichtung, sondern eigentlich, klar, wenn wir die Zwischentiefs hier, da, da, da seht ihr immer so Tiefs, das letzte Zwischentief, wenn wir das durchstoßen, dass das eben ein Short ist, also sprich eine Abwärtsseite, die da sich fortsetzt. So, das ist jetzt natürlich schon Geschichte. Was erzählt er uns jetzt das Alte? Das brauchen wir gleich nämlich an anderer Stelle nochmal, aber da können wir immer so ein bisschen sehen dran, mit was wir aktuell rechnen müssen. So, die nächste Unterstützung, ich habe es ja angedeutet, ist nah. Da können wir jetzt also erwarten, was hier passieren muss, damit es toll nach oben geht. Und da wechseln wir jetzt mal auf den amerikanischen Markt, denn der ist nicht so eingeschränkt wie jetzt der deutsche Markt. Der deutsche Markt, der läuft heute, aber viele haben Feiertag und deshalb ist alles vielleicht ein bisschen dünner. Die Amerikaner sagen sich, die haben ja nichts mit am Hut. Wir schauen uns deshalb mal den amerikanischen Markt an und dann seht ihr, dass so die jüngste Bewegung, die wir jetzt heute im heutigen laufigen Mittags hatten, so 11 bis aktuell so ungefähr, bis zur Börseneröffnung jeden Moment, dass die nun ganz klar, so sieht man es ja hier, nicht wirklich motivierend ist. Das heißt, die Marktteilnehmer sind nach wie vor nicht irgendwie positiv eingestellt. Das ist wirklich nicht das Zeichen dafür, dass die Marktteilnehmer kaufen wollen. Also meine Erwartungshaltung aktuell, dass die Chance nach unten einfach größer ist. Also für all diejenigen, die heute Nachmittag ein bisschen sich mit den Märkten auseinandersetzen wollen, der Dow Jones zeigt zumindest mal keine Ambitionen für eine starke Aufwärtsbewegung. Gucken wir auf dem S&P 500. Ich mache mal das Bild ein bisschen größer, aber was soll man groß sagen? Das ist hier eine Aufwärtsbewegung. Von da nach da ist eine Aufwärtsbewegung, die ist vorzüglich dreiwellig. Und wenn man sagt, naja, aber noch ist es ja steigende Tiefs, steigende Hochs, wir wissen ja nicht, ob die Aufwärtsbewegung schon zu Ende ist. Völlig richtig, aber dann haben wir Kurseüberschneidung der Rücksetzer, also ebenfalls korrektiv. Das heißt, egal wie wir das anfassen, diese Aufwärtsbewegung, die wir hier haben, sieht klar korrektiv aus. Das ist klar nicht die Haupttrendrichtung, die Erwartungshaltung, dass sich das Ganze also noch ein bisschen fortsetzt. Ein Trigger wäre das letzte Tief hier. Das ist vom Tief so zwei Uhr ungefähr kurz vorher bei 3700 in etwa. Ich glaube, ein Punkt tiefer war es jetzt hier. Aber das Doofe ist, also klar, der Bruch dieser Marke indiziert, dass es weiter runter geht. Aber, und das ist jetzt das Doofe, wir haben keine Ahnung wie weit. Es ist nicht der Lieblingsfall von mir, dass das hier die erste Bewegung ist. Dann wackele ich hoch in die Mitte rein, dann ist nämlich der Teil hinten ungefähr so groß wie der Teil vorne. Aber Punkt eins ist, das geht ja schon nicht hier in die Mitte rein, in diese Fibuzone. Das zweite ist, hier ist die erste, da war eine Gegenbewegung, da war was da. Wir sind also eher in der fünften dieser Bewegung. Das heißt, ja, noch weiter nach unten, aber es entsteht die Chance, dass ein Fünffäller, zack, Gegenbewegung, zack, Gegenbewegung das, so langsam aber sicher gegen Ende geht. Also noch ist short, ganz klar nicht long, aber zu Ende geht und dann die nächste etwas größere Gegenbewegung geht, die dann eben wieder in die Mitte rein geht. Also vorläufig würde ich eher noch mal damit rechnen, dass es noch mal tiefer geht. Also unter das Tief, was wir jetzt hatten, auch unter dieses Tief hier, also ich sage mal 3680, 3675, vielleicht sogar noch deutlich mehr. Also Übertreibung kann es da geben. Die sind auch nicht selten. Aber wie viel, also bitte nicht jetzt davon ausgehen, nur das, was wir hier haben, das passiert jetzt gesichert hier noch mal. Das kann es geben, die fünften Wellen sind häufig auch lang, aber ihr könnt nicht automatisch davon ausgehen. Das ist also, wenn ich erste Welle, zweite Welle, dritte Welle, die ist sehr gerne so lang und wenn ich Glück habe, geht es sogar noch weiter und wenn ich Pech habe, geht es dann halt in die Richtung, aber dann habe ich die Orientierung, dass die ähnlich lang sind. Den Fall haben wir hier nicht, weil wir sind jetzt schon hier und dafür gilt eine andere Längeneinheit, die kann man jetzt nicht sagen, die ist immer exakt genauso lang wie die. Die kann auch durchaus nur so lang sein und dann wären unsere Ziele eben da, wo ich es eben gesagt habe, naja, vielleicht geht es auch bis 70 runter noch, also 3670. Aber irgendwie sowas in der Richtung wäre dann mein Grobziel, meine Grobindikation und dann werden wir sehen, ob wir nicht diese Bewegung, die wir hier haben, wieder in die Mitte auflösen, das heißt hier wackelig hochkommen, wie das halt klassisch ist. Stichwort ist dann Fibonacci, also, oh Gott, da höchster Punkt, tiefste, den rate ich jetzt. Ich weiß ja noch nicht, wo der ist. Ich tue jetzt mal so, als ob er da liegt, aber dann wäre das interessant, dass der Kurs als nächstes hier hingeht. Also vorläufig erstmal abwärts, aus meiner Sicht, als favorisiertes Bild, insbesondere beim Bruch dieser Zwischentiefs. Wenn wir dann irgendwann hier in einen Dreh kommen, also wo auch immer der ist, aber vielleicht so ungefähr das, das ist mal so eine Best-Guess-Variante einfach mal reingeraten, weil es einfach so ein bisschen von der Symmetrie passend wäre, dann wäre es vielleicht interessant diesen Bereich, so 3.730, 3.780 anzugucken. Und da wird dann entschieden, ob wir das oder das bekommen, als Fortsetzung oder als Dreh. Sprich, hier dann gucken, ob man vielleicht Gewinne mitnimmt oder einfach den Stopp nachzieht und sagt, warum soll ich Gewinne mitnehmen? Ich bin mir bescheuert. Wenn er läuft, läuft er. Das kann ich doch noch ein bisschen aussitzen. Das ist beim Nasdaq grundsätzlich das Gleiche. Ihr seht auch hier im Nasdaq, hier der Kontrakt ist hier nach oben gelaufen, wackelig nach oben gelaufen. Also auch hier die Fortsetzung. Aber auch hier kann man erahnen, dass diese Bewegung hier vorne eine Pause hatte, hier eine Pause hatte und damit sind wir in diesem Fünfer liegen und damit diese Abwärtsbewegung zumindest mal eine Chance ein bisschen wieder einzubremsen. Dann haben wir auch immer noch diesen Sachverhalt, dass der Markt ja immer ganz gerne so diese Tiefmarken als eine vorläufige Unterstützung unterschreitet, dann nochmal in die Gegenrichtung geht und dann wird neu entschieden, was da passiert. Also das fände ich jetzt zumindest mal sehr gut handelbar. Also sprich, vorläufig die Abwärtsseite. Wenn ihr seht im Fünf-Minuten-Chart oder im kleinen Zeit- oder hier ist sogar ein Minuten, aber von mir so im Fünf-Minuten-Chart, wenn ihr da seht, dass die Bewegung mal schubhoch, wackelig runter, dann könnt ihr wechseln, aber im Moment haben wir das nicht. Das heißt, für alle Intradays achtet ein bisschen darauf, dass das passiert und umgekehrt, jedwede Aufwärtskorrektur gilt weiterhin nach unten. Da gilt das Große genauso wie das Kleine, wie natürlich auch das im noch größeren Szenarien, wie wir das hier im Fünf-Stunden-Chart beispielsweise immer wieder hatten. So, damit hoffe ich, dass ihr eine gute Idee habt, was ihr heute Nachmittag machen könnt, auch wie ihr es einschätzen könnt selber und wie ihr erkennen könnt, dass sich da was geändert hat. Das finde ich nämlich auch immer ganz wichtig. Ab wann erkenne ich, dass ich vielleicht mit der Idee falsch liege? Dann ist es doch ganz praktisch, wenn ich das frühzeitig wahrnehme und dann entsprechend mich umorientieren kann. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, einen wunderbaren Feiertag mit Handelsaktivität, falls ihr Feiertag habt überhaupt. Ich glaube, das ist gar nicht überall in Deutschland, aber euch alles Gute, liebe Grüße und viel Erfolg! Danke!